Das ist Max Steinigung, das ist ein passender Name, wie geht es dir Bruder, alles gut? Super, ja alles gut. Freut mich ganz besonders. Wie kann ich dir heute weiterhelfen? Möchtest du ein kostenloses Koran bestellen, ja? Weiß ich nicht, ich brauche nicht, ich habe noch. Ach so, weswegen hast du denn dann angerufen? Weil wir haben ja heute, heute ist ja Mittwoch, wir haben am Freitag wieder den Einsteigerkurs versteinigen. Vielleicht möchtest du dich da anmelden? So, nein, Sie haben sich bei uns angemeldet, bei unserer Plattform. Ach so, wer ist denn da? Dann habe ich falsch verstanden, Entschuldigung, mit wem spreche ich denn bitte? So, sind Sie Hans Maul Wurf? Nein, nein. Wie heißen Sie? Ich bin Wladimir. Das ist Ihre E-Mail-Adress. Sind Sie Wladimir? Ja. Vielleicht Putin? Putin noch? Ja, genau der. So, ich sehe das, ich habe ihn bei uns schon gemeldet. Klasse. So. Das ist der Bitcoin-Mann, wa? Ja, 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 aber wir können mit digitalischen Euro, ja? Digitalische Euro? Ist das sowas wie orientalische Euro? Ja. Nein, 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 digitalisch, nicht orientalisch. Ach so, schade. Schade, ja, ich weiß. Ja, erzähl mir. Digitalisch ist besser, ja. So, können Sie mir erzählen, haben Sie schon welche Erfahrung oder haben Sie schon mal investiert? Nein, habe ich noch nicht. Nein. Nein. So. Irgendwann ist es immer das erste Mal, ne? Habe ich recht? Vielleicht. Wie vielleicht? E-Mail-Adresse noch aktuell, hans-wurf1945 at gmail.com, ja? Na klar, klar. Du hast mich gefragt, oder? Ja, alles gut. Super. Dann ich schreibe gleich E-Mail, Sie können anschauen. Anschauen, du kannst mir auch lesen. Weil ich habe Augenentzündung, ich kann nicht so gut lesen gerade. Warum können Sie nicht lesen? Ich habe Augenentzündung. Binderhautentzündung, kennst du nicht? Sie brauchen nichts lesen, Sie müssen einfach klicken dort. Ja, aber ich kann nicht gut gucken gerade, verstehst du nicht? Aber warum, was ist passiert? Ich habe Binderhautentzündung, habe ich doch gesagt. Ich fühle mich wie so ein Zombie damit. Und wir haben sich bei uns registriert. Ha? Mit Freisprechanrichtungen. Ich sage, okay Google, melde dich da an. Und dann hat er das gemacht. Kennst du nicht neueste Technologie? Technologie, okay. Ich verstehe, aber ich kann... Man braucht die Augen, ja? Ja, ja, klar, klar. Man kann nicht blind durch die Welt gehen, sonst wäre man Maulwurf. Aber darum habe ich den Namen ja gewählt. Aber das hat ja auch in sieben Jahren von euch keiner geschnallt. So, ich schreibe... Gehörst du zur Familie der Krabben oder bist du eher ein Krustentier? Habibi? Habibi? Was meinen Sie? Habibi, ich habe dich gefragt, ob du ein Krustentier bist. Hallo? Was ist los? Hast du schlechte Telefonverbindung? So, vielleicht schlechte Verbindung. Ich habe schon E-Mail geschrieben. Können Sie anschauen? Ich habe doch gerade gesagt, mit gucken ist schlecht wegen meinen Augen. Ja, du brichst mir das Herz. Vielleicht haben Sie die Brille oder was? Ich habe... Ja, was bringt mir eine Brille, wenn ich Binderhautentzündung habe? Tut weh, kaputt. Kaputt? Nicht kaputt, aber tut weh. Nicht kaputt, aber tut weh. Natürlich brauche ich Geld. Wahrscheinlich brauche ich wirklich eine Brille, wenn ich da fertig bin. So eine Brille kostet ja auch so 20, 30 Euro. Dann muss ich ein bisschen Geld haben. Verstehst du, Habibi? So, 20, 30 Euro können Sie am Tag verdienen bei uns. Oh, so viel? Das ist doch klasse. Oder viel mehr. Du bist ein guter Mensch. Überall sind gute Menschen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich glaube Sie auch, ja? Ja, ich versuche meine Beste zu geben. So, können Sie jetzt E-Mail-Box anschauen? E-Mail schauen ist immer noch nicht besser geworden in den letzten sieben Sekunden. Aber Sprach-zu-Hirn-Übersetzung ist bei euch allen hier nicht so ausgeprägt. Ne? Aber ich probiere das mal. Ich werde versuchen. Ich werde auch was gucken. Ja. Ja. Versuchen bitte. Weil du es bist. Ich gucke. Ja, ja. Ich warte alles gut. Ich sitze jetzt seit sieben Tagen im Dunkeln, weil mir das Licht in den Augen wehtut. Verstehst du? Ah, es tut so weh. Es tut so weh. Wieso? Tut weh was? Was? Was ist los? Oh, meine Augen. Blöd. Oh, nein, nein, nein. Sind Sie ganz blöd? Nein, ich bin nicht blind. Ich habe eine Binderhautentzündung zum siebenunddreißigsten Mal. Kennst du nicht? Ja. Ich weiß leider nicht, was das Wort auf idiotisch bedeutet. Es ist Binderhautentzündung. Ich habe verstanden, was ist passiert. Ja, was denn? Erzähl mal, was ist passiert? Vielleicht jemand kann helfen, oder? Ich würde ja gerne zum Doktor gehen, aber den Weg dahin finde ich auch nicht. Was ist mit Navigator? Was Navigator? Ja. Wir sind hier nicht auf einem Schiff, verdammt. Brauchen Sie? Ja, vielleicht brauchen Sie einen Navigator oder was noch? Navigator? Also ich ruf mal bei der Marine an, ob die mir Navigator ausleihen. In welchem Universum lebst du und wie viel Steuern muss man da bezahlen? Nein, Sie können einfach bei Google das machen, ja? Bei Google kann ich meine Steuern bezahlen, aber Google drückt sich doch selber vor, den Steuern zu bezahlen. Nö, 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 nö. Doch, doch, doch. Vielleicht haben Sie das nicht richtig verstanden, ja? Wie meinst du? Bei Google können Sie kostenlos das machen. Was? Steuerhinterziehung? Ohne Steuer. Oder was meinst du? Ja, ja. Du bist ein guter Mensch. Überall sind wir Menschen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, Sie auch. Danke. Ja, Friede sein mit dir. So, vielleicht jemand kann helfen? Wer denn? E-Mail-Box, helfen. E-Mail-Box anschauen einfach. Achso, ja warte, ich hol mal meinen Bruder. Ja, super. Hallo? Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Hallo, shalamu alaikum Oh, shalamu alaikum, shalamu Oh, hallo, mein Bruder, wer bist du? So, das ist Mark Stein, wie heißen Sie? Rakesh Wie, wie, wie? Rakesh Rakesh, super Ja Was will du? Da kann ich gucken, der wie im Maulwurt Wenn der eine Woche den ziemlich gelüftet hat, der nicht sehr freundlich So, ich glaube, ich glaube, Sie auch Ja, 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 können Sie bitte E-Mail-Box jetzt anschauen Mein E-Mail? Rakesh Ja, ja, E-Mail von Wladimir Ihre Kollege, ja Der Kollege, vielleicht Vielleicht Und was machst du? Ich bin, ich bin ein Kontoperater Was bedeuten? Was nochmal? Nochmal? Ich arbeite in ECB In Ebay? Europäische Zentralbank Nein, nein, nein Europäische Zentralbank Ja, ist richtig Super Denkst du wirklich, irgendjemand glaubt dir, dass du bei der EZB arbeitest? Ja, wirklich Man kann alles anschauen Ach, als ob die EZB solche Eulen da sitzen hätte Ich kann alles zeigen Du kannst mich doch hier nicht anrufen mit einer ausländischen Telefonnummer Und mir erzählen, dass du von der EZB anrufst Das ist englische Telefonnummer Ja, aber die EZB Was hat England nach dem Austritt aus der Europäischen Union Bitte mit der Europäischen Zentralbank zu tun? Das ist Hauptsitz von der EZB Dein Hauptsitz soll in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis sein Meine Güte Gibt es wirklich Leute, die das glauben? Ich rufe von der EZB an Also komm wirklich Das glaubt dir doch keiner Hey Ja, hallo Schönen guten Tag Hi, was geht? Wer bist du? Ja, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin ein Kontoperater auch Sie haben mit meinem Kollegen gesprochen Und ich habe nicht verstanden, was Ihnen nicht gefällt Sie sind EZB, ja? Ja, wir arbeiten in der Europäischen Zentralbank Und ich verstehe Ihre Probleme nicht Es ist doch nicht wahr Das glaubt doch Kein Mensch glaubt doch Dass ihr Witzfiguren von der EZB anruft Das kannst du mir doch nicht erzählen Glauben Sie Ja, glauben Sie, dass bei EZB keine Ausländer arbeiten dürfen? Das geht nicht um Ausländer Es geht darum, was für Figuren da sitzen Wir sind doch selber Russebläht Aber der hat noch nichts angeboten Und nichts erzählt, nichts gezeigt Ja, das reicht doch, dass er behauptet Er ist von der EZB Die EZB macht doch keine Kalterquise am Telefon Und versucht Leuten was zu verkaufen Die EZB ist ein Verwaltungs- und Steuerungsorgan Der europäischen und jährlichen Geldwirtschaft Wir rufen nicht Leute, etwas zu verkaufen Die Leute registrieren bei uns selber Und lassen ihre Daten selber Ja, ich hab mich aber nicht bei der EZB registriert Und du behauptest, du rufst von der EZB an Schick mir mal deine Handelsregisternummer Und deine Bafin-Nummer Was soll ich noch machen? Bild von deinen Hintern kannst du mir noch schicken Das ist wahrscheinlich das einzig Ehrliche, was du an dir hast Okay, okay, dann sind sie nass, oder? Wer ist nass? Sind sie dann nass, wenn ich ein Bild von meinem Hintern schicke? Ja, klar Ich fange dann an zu weinen vor Lachen So sehr, dass man ein Bordring fahren lassen kann Weil dein Kollege wollte vorhin irgendeinen Navigator haben Dann weine ich so viel vor Freude, dass wir hier ein Schiff fahren lassen können Warum interessieren sie sich für meinen Hintern? Also seid ihr zu zweit jetzt mit ihrem Bruder und Ja, ja, mein Bruder ist auch hier Fällt noch einer, oder? Nein, wir haben hier Okay, und was macht ihr zusammen da? Arbeiten Arbeiten? Wie arbeiten? Wir machen so Videobearbeitung Oh, das ist geil Das ist richtig krass Ihr braucht doch von der EZB Ja, das ist nicht einfach Weißt du, schneiden, rennen, hochladen Das ist eine hochkonzentrierte Arbeit Verstehst du? Das ist echt Weißt du, wir haben ja auch Kleingewerbe Und wir sind selbstständige Schichtarbeiter Verstehst du das? Ich verstehe, ja Krass Und wie ist das? Braucht ihr bei der EZB vielleicht ein neues Intro oder ein Trailer? Wir können ein Video für euch machen Können sie gerne machen, ja? Ja, klar Das wird schon gut für uns Weil dann sind wir bekannt Und unsere Firma Findet neue Kunden Jetzt ist die EZB plötzlich eine Firma Und muss was für ihren Bekanntheitsgrad tun Ich dachte, die EZB ist eine der weltweit bekanntesten Strukturorganisationen Aber okay Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren Okay, und Also Sie haben Interesse gezeigt Und was ist jetzt passiert? Warum reagieren Sie so? Wegen meiner Kollegen? Nein, weil ihr behauptet, dass ihr von der EZB seid Schickt mir mal deinen Dienstausweis Wie ist deine Dienstnummer? Wer ist dein Vorgesetzter? Sag mir Ja, ich kann Ihnen alles schicken Wenn wir weiter kommunizieren Ja, klar Dann machen wir Schickt mir ein Bild von Ihren Hunden Los Wenn Sie sagen, schickt mir ein Bild von Also wir sind eine Software von EZB Wir sind eine Software von EZB Also wir arbeiten mit EZB Unsere Banken Mit welchen wir arbeiten Sind von FCA reguliert Das können Sie alles anschauen Ich zeige es Ihnen Aber wenn Sie dann in Ruhe kommunizieren Also Ich bin total ruhig Ich habe die beste Stunde des Tages habe ich gerade Ist alles in Ordnung Okay Danke Also bei mir ist auch alles in Ordnung Danke Das freut mich ganz besonders Also brauchen Sie unsere Hilfe oder Oder Nein, ich möchte Geld verdienen Kannst du mir da helfen oder was? Ja Ja, können Sie schon Also Sie haben schon registriert Sie haben schon ein Handelskonto bei uns Ja, weil die haben mir jetzt wieder die nächste Pfändung reingemettelt Ich brauche Pfändungsschutzkonto Verstehst du? Ja, ich verstehe Und Ja, ich kann Ihnen alles zeigen Sie haben schon ein Handelskonto Das ist Nee, bei EZB meine ich Ich will ja auch mit Da kann man ja dann auch so Spiele bestimmen So solitär und so mit den ganzen Mit Merkel und Juncker und so wie die alle heißen Da kann man doch bestimmt so so Freundschaftsanfragen schicken Sie haben sich um digitale Euro interessiert Und digitale Euro kann man nur beim Finanzen Ja, woher wissen Sie das? Was ist denn ein digitaler Euro? Das höre ich zum ersten Mal Ich kenne Bitcoin, aber das kann ja digitale Euro oder was? Es ist fast gleich wie Bitcoin, aber also das Wert ist weniger jetzt Also das kostet jetzt weniger Ach so Also eins zu eins gerade Aber also wenn die Leute das Also mehr Informationen kriegen, dass es so eine digitale Euro gibt Dann kaufen die solche Coins Und dann wächst es nach oben Und der Preisunterschied ist unser Gewinn Also haben Sie Erfahrung? Wie viel kostet denn ein digitaler Euro von der Europäischen Zentralbank, die Sie vertreten, Beta? Als eins Komma und weiter weiß ich nicht so genau Ah, der Mann von der EZB weiß nicht, was das Produkt kostet, das er anbietet Das weckt natürlich sehr viel Vertrauen Wissen Sie, dass ich kein Finanzberater bin Ich bin nur ein Kontoberater Ich zeige nur, wie man ihr Handelskonto ausschaut Und ich zeige, wie man das nützen kann Mehr nichts Ja, aber du musst die Leute doch beraten können Ich kaufe doch nichts, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert Ich gehe doch auch nicht ein Auto kaufen und der Typ sitzt nur an der Kasse Der muss mich ja auch beraten können oder was Ja, ich habe gesagt, das digitale Euro ist fast gleich wie Bitcoin Ja, außer, dass du nicht weißt, wie viel es wert ist Was bringt mir das dann? Da kann ich auch ein paar Katzenhaare kaufen und mir einen Mantel draus nähen lassen Ich habe früher gesagt, 1 zu 1 Also fast 1 zu 1 1,0 und so weiter, habe ich gesagt So, das ist jetzt nicht so hoch Bist du aus Baden-Württemberg? Du hast so badischen Akzent Ich bin aus Polen Aus Polen? Ja Cooles Land Dankeschön Und sie sind nicht aus Deutschland, oder? Nein Novosibirsk Rassistische Föderatia Also Novosibirsk ist in Russland? Ja, richtig Okay Okay, und wie ist es jetzt in Russland? Das ist cool Putin hat alles im Griff Okay, gibt es jetzt einen Krieg gegen die Ukraine? Na, heute nicht mehr Ist doch bald Weihnachten Okay, okay Da hätte die orthodoxe Kirche sicher ein Problem damit Und wir wollen mit der Ukraine ja auch gar keinen Krieg Die sollen sich einfach ergeben Dann passiert auch nichts Verstehst du? Ich verstehe, okay Ja, niemand braucht einen Krieg jetzt Nein, Krieg ist nicht gut Ich meine, wir kriegen das ja auch ohne Krieg hin Das sieht man bei euch an der Grenze ja gerade ganz gut Mit Belarus Bei uns? Achso, ja Okay Also ihr solltet euch vielleicht auch einfach Putin ergeben Wo ist das Problem? Polen hat schon mal zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gehört Warum wollt ihr nicht in die russische Föderation zurückkommen? Ja, weil uns in Polen gefällt Ja, aber ihr könnt doch in Polen bleiben Du musst da nicht umziehen Ja, aber man kann da besser verdienen Wenn man eine Kenntnisse und so Wenn man gut mit dem Kopf arbeiten kann Ja, aber in Russland doch auch Guck mal, wir sind die Einzigen Und die heute zufällig sichtlich Raketten in den Himmel schießen können Amerikanski kriegen das ja nicht mehr hin Und Putin ist viel geiler als Duda Als ich? Nein, als Duda Euer Präsident Ah Also, okay, okay Wie heißt der mit Vornamen, der Duda? Der Duda? Ja, wie heißt der mit Vornamen? Peter, 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 Peter Peter, du da? Ja Siehst du, ist ein komischer Name Auf Russisch würden wir Pyotr sagen, nicht Peter Aber ist egal Pyotr Pyotr, ja Also, ja, dann Also gehen wir zurück zum Finanzmarkt Klar Weißt du, in Russland haben wir starke Finanzmarkt Weißt du Der russische Rubel ist fast gleich auf mit den indischen Rupien Verstehst du? Nein, ich glaube, das in England ist schon besser Und also mehr wert in England Wie in Russland Ja, weil das Also, England ist sozusagen Also, unser Hauptsitz In England, ihr habt kein Benzin mehr Und die Supermarktregale sind leer In Russland kriegst du, wenn du in Sibirien wohnst Von Putin Land und ein Autogeschenk Was willst du in Großbritannien, Bruder? Sag mir Wer kriegt ein Autogeschenk? Also, die sind Sportsmen, oder? Also, die Hockeyspieler Nein, nein, weißt du Wenn die was gewinnen Wenn du in Sibirien die Tundra, ein Haus baust Putin gibt dir Land Putin gibt dir Auto Und da kannst du da bauen und ein Haus haben Aber in Sibirien ist es schon kalt, oder? Ja, deswegen kriegst du das Haus ja geschenkt Was meinst du, was da für Heizkosten sind? Da musst du Kredit aufnehmen für Ja, aber wir reden jetzt über Finanzmarkt Ja, ja, aber ich muss ja Geld verdienen Damit ich die Heizkosten für mein Haus in Ovo Sibirien bezahlen kann Verstehst du das? Also, so wie ich es zum Beispiel gesehen habe Das in Russland ist nicht so gut Alles geht, glaube ich Das ist doch gut, ist gut Weißt du, wir haben ja da auch viele Polarbären Da brauchen wir auch Harpune So ein gasgetriebene Harpune kostet auch viel Geld Du musst ja dann so eine Befestigung um ein Haus bauen Also schauen Sie Ich habe übrigens hier noch so einen Fragebogen Für neue Einwohner von Novosibirsk Hier ist so ein Wissenstest Hier wird gefragt Warum fressen Eisbären keine Pinguine? Kannst du mir das sagen? Nein, über das kann ich jetzt nicht sagen Das wundert mich jetzt auch nicht Ja, ja Also schauen Sie Wie lange arbeitest du da schon, sag mir? Also seit vier Jahren Seit vier Jahren? Und wie viele Leute haben dir in der Zeit geglaubt Dass du von der EZB anrufst? Fast jeder Sind die Leute wirklich so blöde? Oder hast du das jetzt gerade nur als Schutzbehauptung aufgestellt? Kurva Also ich habe schon mal getroffen Solche Kunden, die so reagieren wie sie Aber wenn die eine Probezeit zum Beispiel haben Dann in zwei Wochen Dann sagen die Ja, Probezeit Beim Finanzmarkt gibt es immer eine Probezeit Nein, es gibt Wenn wir in Deutschland Geschäfte machen Gibt es nach dem Fernabsatzgesetz Gibt es ein 14-tägiges Widerrufsrecht Bei Fernverträgen über das Telefon Aber hey, scheiße Du kannst doch bei der EZB nichts kaufen Die EZB ist eine Verwaltungseinheit Du merkst nicht, dass der ganze Quatsch Den du erzählst, überhaupt keinen Sinn hat? Für jeden, der ein bisschen mehr Gehirn Als ein Schildkröter hat Nichts gegen Schildkröten Das sind sehr ehrenwerte Tiere Ich verstehe nicht, was Sie meinen Sie brauchen das Geld Aber Sie wollen das nicht verdienen Ich will es nicht verlieren Wollen Sie, dass das Geld Von dem Himmel auch runterfällt? Nein, wenn ich euch das Geld gebe Fällt das in die Hölle runter Woher wissen Sie das? Du rufst an und behauptest Du bist von der EZB Du könntest genauso gut anrufen Und sagst Hallo, ich rufe vom Dalai Lama an Wir brauchen Spenden für einen neuen Tempel Das wäre glaubwürdiger Und da würde ich vielleicht eher noch was geben Aber sind Sie Wladimir? Natürlich bin ich Wladimir Wladimir Wladimirovich Putin Ich rufe aus EZB Aber Sie haben bei EZB registriert Stimmt, oder? Nein, bei der EZB kannst du dich nicht registrieren Die EZB ist ein europäisches Institut Und keine gewinnorientierte Firma Doch, doch, doch Sie haben eine Werbung gesehen Und um diese digitale Euro Die EZB macht keine Werbung Doch Nein Gib mal deine Telefonnummer bei Google ein Schreib mal deine Telefonnummer bei Google Sag mal so gut Ja, wenn wir weiter kommunizieren Dann kann ich ihm eine persönliche Nummer geben Und per WhatsApp mit ihnen kommunizieren Ja, die EZB Weil das schon komisch ist Die EZB kommuniziert bestimmt per WhatsApp Während es Regierungsorganen und Verwaltungsorganen In der Europäischen Union Aus Datenschutzgründen verboten ist Über WhatsApp zu kommunizieren Macht es natürlich das höchste Europäische Finanzinstitut Klasse Verstehen Sie, dass ich Dass ich nicht aus der Bank anrufe Ich rufe sie aus Unser Software Mit welcher wir schon Fünf Jahre arbeiten Ach, du bist doch ein Roboter Wenn du aus der Software anrufst Meine Güte Wie bitte? Sind die immer solche Krabben wie euch Ich habe deinen Kollegen vorhin schon gefragt Wir sind eine Krabbe Ich habe deinen Kollegen vorhin schon mal gefragt Über ein Krustentier So wie dir ist, glaube ich, was anderes verkrustet Meine Güte Schickst du mir ein Bild von dir? Meine Güte Ihr seid so glücklich Ich bin so glücklich Wenn man einfach redet Glücklich, ja Aber alle sagen so viele Wörter Ja, klar Dass wir alle lügen Dass wir alle lügen Natürlich lügst du Ich überweise nichts Aber trotzdem registrieren sie alle auf unsere Werbung Ja, klar Natürlich Und ich habe nicht einfach so angerufen Ich habe ihre Daten nicht einfach Ja, ich habe mich da ja angemeldet Damit du mich anrufst Ich will ja, dass ihr mich anruft Damit ich Videos machen kann Verstehst du das? Ja, vielleicht war das ihr Freund Nein, ich habe das gemacht Ich will ja Videos machen Wenn ihr mich anruft Verstehst du nicht? Du kommst auf YouTube Und wer hat das gemacht? Ja, ich Okay Ich will ja, dass ihr Witzfiguren mich anruft Damit ich Videos für YouTube machen kann Verstehst du das? Ja, dann bin ich bekannt dann, oder? Ja, du bist total bekannt Deutschlands dümmster Telefonbetrüger 2021 Gibt sich als Mitarbeiter der EZB aus Klasse Kannst du morgens in den Spiegel gucken? Bist du stolz, wenn du in den Spiegel guckst morgens? Schaut das jemand an Also ihre Videos Oder ist das so langweilig Wie sie reden zum Beispiel? Du würdest den Inhalt der Videos Wahrscheinlich gar nicht verstehen Von daher würde ich dir das jetzt Ich würde dir So einen Kanal für Kinderlieder Würde ich dir empfehlen Okay Ja, ich sehe Ich sehe Sowieso Die Kanale für Kinder Ja, siehst du Hast du Kinder? Nein Noch nicht Ich bin noch jung Ja gut Dann lass das auch mal dabei Was wollen die Wenn der Vater irgendwann im Gefängnis sitzt Als Hochkrimineller Ist ja nicht gut Wenn die Kinder dann alleine aufwachsen Dann lass das lieber sein Oder Kauf dir eine Zimmerpflanze Die glaubt dir dann vielleicht auch Dass du von der EZB anrufst Ja, ihr macht nichts Was mit Schwarz Mit Schwarz Verbunden ist Dann soll man nicht rassistisch werden hier, ja? Ja Ja, ich habe es nicht so gemeint Ja, ja, aber gesagt Meine Güte Ja, sie haben schon verstanden Was sie gemeint hat Ich habe das schon gemeint Äh, schon verstanden Guck mal, das steckt schon an, ne? Mhm Was wollen wir denn jetzt miteinander machen? Sollen wir ein Interview machen? Ihr wollt einfach unsere Plattform zeigen Und danach könnten sie selber entscheiden Ja klar, zeig mal her Ich mach mal kurz meine VM an Dann gucken wir mal zusammen auf deine Seite Ich muss nur gerade die anderen Kaschba wegklicken Die hier immer anrufen Äh, ein Link habe ich jetzt geschickt Hier rufen so 700 Leute am Tag an, verstehst du? Dann muss ich, hast du Glück gehabt, dass du durchgekommen bist? Du hast jetzt das Sonderrecht, darauf hochgenommen zu werden Auf welche E-Mail-Adresse hast du denn geschickt? Ich habe so viele E-Mail-Adressen Maulwurf Äh, 1-9 Maulwurf 1-9 Äh, 4-5 At gmail.com Und 1945 Ja, okay Muss ich gerade nochmal Das ist ein Link von unserer Software und heißt Mars Invest Mars Invest Das ist doch blöd Das hat mein Kollege geschrieben Also der hat früher mit ihm gesprochen Ja, aber trotzdem Ihr, ihr gebt euch als Zentralbank aus Das ist ein schönes Titelbild Weißt du, also der Idiot, der macht ja vor dem, vor dem Punkt im Satz macht er ein Leerzeichen Sie haben bei uns angemeldet Ich habe gerade ihnen angerufen, aber leider keine Antwort erreichen Sind das die, die, äh, Affen, die zu blöd waren fürs Weltraumprogramm, die bei euch vor den Computer gesetzt werden Oder wo kriegt ihr solche Leute her? Und die Europäische Zentralbank beendet ihre E-Mails dann auch mit MFG I dinahui blöd Wo findet ihr solche Leute? Ehrlich, sag mir Ja, auf die Straßen Ja, das glaube ich dir Gehst du irgendwie in, 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 in Warschau in irgendwelche Puff und in irgendwelche Clubs rein Und wenn die Leute richtig besoffen sind, dann müssen die Arbeitsvertrag unterschreiben So läuft das doch, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären Ja, aber man, wir sind keine Brokers Also man darf schon da arbeiten Man muss einfach zeigen, wie dieses Konzdo funktioniert Es ist nicht so viel zu tun, oder? Ja, aber meine Güte, du musst doch, du musst doch Leute nehmen, die allein in der Lage sind zu atmen Solche Trottel wie dieser Typ, die musst du doch, die musst du doch irgendwie so an, so ein Atemgerät auf dem Rücken haben Oder irgendwas, damit die, damit die von selber nicht, äh, 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 ersticken an ihrer Blödheit Ja, aber was, was hat Ihnen genau nicht gefällt, dass ihr, 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 seine Sprache Dass ihr euch als scheiß EZB ausgebt, ihr Versager Ihr gebt euch als europäische Zentralbank aus Ja, europäische Zentralbank, sie haben bei der Seite da ihre Daten gelassen Nein, als würde die europäische Zentralbank irgendwelche Registrierungen annehmen Oder, oder, äh, die Möglichkeit geben, dass irgendwelche, äh, Fischköpfe da die Daten einkaufen Erzähl mir doch, wir sind doch hier nicht die Nordkorea, Mann Was erzählst du mir denn für Geschichten hier? Das ist ja abenteuerlich, das erinnert mich ja an Mimons Baraka Als Aufenthalt in der forensischen Psychiatrie hier Und was wollten sie genau machen, also sie haben nur bei Digitale Euro Äh, ich habe doch gesagt das schon dreimal Ja? Ja Und wie, also, wie glauben sie, wie geht das mit Digitale Euro? Also, kann man das bei EZB kaufen? Nein, bestimmt nicht Oder braucht man eine Software? Ja? Nein, dann noch, das gibt es gar nicht Genau Und wenn, dann ist es Abzocker von irgendwelchen Figuren Sag mir mal, was ich jetzt mit dir machen soll Weil so geht das ja nicht weiter Ja, was sie wollen, also ich kann, ich kann da nichts sagen Hast du denn irgendwie, hast du irgendwie eine Ja, aber hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht oder sowas? Ja Was hast du denn gelernt? Ich war in der Hochschule In der Hochschule? Ja, ich war in der Hochschule In der Hochstapler-Schule meinst du wohl? Ja Ja? Und was hast du bestimmt? Einster Abschluss gemacht, oder? Ja Krass Hast du gut gemacht? War nicht so, war nicht so schwer, ja, einfach war Dass das nicht so schwer ist? Ist schon gut Was ist gut? Ja, ich bin schon glücklich, also, dass ich das gemacht habe, geschafft habe, weil es nicht meine Muttersprache und ich habe es trotzdem geschafft Also, ich war in Innsbruck, in Österreich In Österreich? Ja, das meine ich Wenn kurz das erfährt, meine Güte, der macht dich richtig fertig Ja Wie macht er das? Oh, das wirst du dann schon merken Ja, wenn wir mal zusammen Besonderlich treffen, dann könnte ich auch mal Fertigmachen Willst du mich fertig machen? Komm, wir können uns gerne mal treffen auf ein Kämpfchen Ja, können wir schon Ja, wo bist du denn? Bist du auch nicht in London, oder? Ist doch auch gelogen In München, München In München bist du? Warum sagst du dann, du rufst aus London an, du kleine Quasselstrippe? Ja, das habe ich nicht gesagt, vielleicht können Sie nicht so gut hören Ich habe gesagt, dass es eine englische Telefonie ist Und wie ich gesagt, ich fünfmal schon gesagt habe, dass unser Hauptsitz befindet sich in London Und wir haben eine englische Telefonie und es kostet dann weniger Ich habe einen Kollegen vorhin gefragt, von wo aus ihr anruft, der sagt aus London Aus England, also der hat gemeint, dass das eine englische Telefonie ist Ach Leute, ihr macht mich wirklich traurig Ja, ich verstehe nicht, warum Sie falsch verstanden haben Da gibt es nichts falsch zu verstehen, die Nummer ist eine riesige Verarsche von Anfang bis Ende Also schauen Sie, man braucht Ihr Geld nicht Also Sie sind nicht interessiert über solche Kunden Also wir haben schon genug Kunden und wenn Sie ein Interesse noch haben Dann können Sie schon machen und selber entscheiden Ich werde jetzt nichts sagen, dass Sie etwas machen müssen Und 250 Euro braucht Ihr nicht Und glauben Sie, dass eine internationale Firma auch die 250 braucht? Die Menge macht das Das ist ja der Trick dabei Die Leute denken, das ist zwar Geld, aber nicht ganz so viel Denken, das kann man mal riskieren Und diese 250 sind genau die Menge, die die ganzen Abzocker immer ausloben Wer auch immer in die Welt gesetzt hat, dass das eine gute Zahl ist, ich weiß es nicht Ja, was glauben Sie, dass Sie jetzt investieren und danach keinen Kontakt mit mir haben, oder wie? Nö, das Geld ist einfach weg Wie weg? Na weg Beim Chef in der Tasche Okay, und dann rufen Sie mir zurück an und was sage ich dann? Auf deine falsche Nummer soll ich dich zurückrufen, geht überhaupt nicht Ich habe gesagt, dass ich WhatsApp habe Ja, WhatsApp Welche Firma macht Business über WhatsApp? Da kannst du doch... Ja, jede Finanzmarktfirma Quatsch Jeder Finanzmarktfirma Wenn du jetzt sagst, du bist in München, dann sind wir ja wieder in Deutschland Dann gilt ja wieder die Datenschutz-Grundverordnung Du darfst als Firma keine kundenbezogenen, irgendwelche vertraglichen Angelegenheiten über WhatsApp machen Wo haben Sie das gelesen? Das ist einfach so, ich habe selber Firma blöd Na, Sie haben keine Ahnung, was der Finanzmarkt ist und wie das funktioniert eigentlich Ja, aber es gelten für alle Leute die gleichen Regeln Wir sind doch hier nicht im Urwald Gib mir mal deine Handelsregisternummer Wenn ihr in München seid, dann hast du ja deutsche Handelsregisternummer Ja, ich kann das schon gerne machen, aber für was soll ich das machen? Zur Legitimierung Für, dass Sie anschauen und danach sagen, dass ich mein Bild von hinten schicken muss wieder Ja, schick mir mal deine Handelsregisternummer Wenn du Firma in Deutschland bist, musst du ja Handelsregisternummer haben Sonst ist das ja Steuerhinterziehung Kann ich das per WhatsApp schicken? Nein, nicht WhatsApp Ich habe... Ja, dann... Schick mir per E-Mail, wo ist das Problem? Ja, was soll ich noch schicken? Was ich dir gesagt habe, Handelsregisternummer Für was? Zur Nachweis, dass du eine legitime Firma bist Ich sehe, dass sie kein Vertrauen haben Ich sehe, dass sie kein Vertrauen haben Für was soll ich das machen? Damit sie einfach anschauen und danach Tschüss sagen, oder was? Nö, damit du mir beweisen kannst, dass du kein Betrüger bist Ja, sie haben dann unsere Plattform mit angeschaut Unser Link Also, sie haben da ihre E-Mail-Box, glaube ich, nicht geöffnet Doch, die habe ich geöffnet Ja, und den Link haben sie bekommen Ja, von deinem Kumpel, der auch schreibt, dass er von der EZB ist Die Flachflöte Wo habt ihr den gefunden, den Speziellen? Wo ist der her? Ja, der ist... Keine Ahnung Kriegt ihr irgendeine Förderung, wenn ihr solche Lebensversager einstellt? Ist der auf Bewährung oder sowas? Ja, ich weiß nicht Also, sie reden jetzt mit mir Ja, klar Wie war nochmal dein Name? Habe ich ganz vergessen Also, ihr habt es nicht gesagt Elias Neuser heiße ich Ah, sehr polnischer Name Ja, ich wohne schon seit 10 Jahren in Deutschland Achso, und dann hast du deutsche Namen genommen Okay, verstehe Nein, also mein Onkel ist in Deutschland geboren Was ist da ein Problem? Ne, ist kein Problem Ich wundere mich nur über euer komisches Geschäftsgebaren, aber... Ja, schauen Sie Sie finden so viele Sachen, die Sie sagen Ja, ich glaube nicht, ich habe kein Vertrauen Dann finden Sie noch etwas über meinen Namen Ja, klar Aber guck mal Über meinen Kollegen Wenn du sagst, wegen Vertrauen Schickst du mir Handelsregisternummer Schickst du mir deine Buffin-Lizenz Ich gucke das nach Und wenn das legitim ist, dann ist alles cool Aber wenn du das nicht kannst, dann bist du ein Betrüger Ganz einfach Ja, ich kann Ihnen unsere Bankdaten schicken Und dann schauen Sie bei Bilderlinks Dass unsere Bank von FCA reguliert ist Also, das gibt eine Lizenz da Wie nicht deine Bankdaten? Und das war's Das ist alles Handelsregisternummer Ja, das ist alles, was du machen musst Du bist in Deutschland Du musst deine Handelsregisternummer haben Wenn du in Deutschland eine Firma betreibst Ganz einfache Sache Haben wir schon Aber ich muss das nicht zu irgendwen schicken Na doch Das ist legitimierung Nein Das ist so wie ein Dienstausweis Sonst kann ja jeder sagen Hier, ich rufe Ich bin deine Firma Ich bin deine Bank Gib mir 250 Euro Da kann ja jeder Idiot anrufen Verstehst du nicht? Ja, verstehe ich schon Aber ich muss das nicht machen Ich darf das nicht machen Du darfst nicht öffentlich zugängliche Daten Deiner Firma mitteilen Meinst du, das macht euch seriöser? Ja, also normalerweise Die Kunden einfach haben eine Probezeit Dann schauen sie, dass sie was verdient haben Probieren sie, das alles auszahlen Und danach sagen die schon Aber wenn sie schon am Anfang sagen Schick mir ein Bild Oder sowas, dass sie kein Vertrauen haben Dann ist das nicht mein Problem Ja, Vertrauen muss man sich verdienen Du kannst doch nicht irgendwo anrufen Und blinden Gehorsam und Vertrauen verlangen Ich rufe nicht irgendwo an Doch, du hast irgendwo angerufen Ja, in Deutschland Hast dann keine Handelsregisternummer Und hast auch keine BaFin-Lizenz Und bis damit ein... Habe ich das nicht gesagt Ich habe es nicht gesagt Dann gib her! Ich habe... Dann gib her! Ja, für was? Du kleines Traumelärchen Damit sie einfach anschauen? Ja klar, damit ich anschauen kann Ebenfalls Dann entschuldige ich mich Und was passiert dann? Wenn ich sehe, dass legitime Firma... Investieren sie dann oder was? Nee, dann lösche ich mein Video wieder Wenn du legitim bist Dann lösche ich mein Video Ja, ich... Ja, sie können mit dem Video alles, was sie wollen Das mache ich sowieso Da brauche ich deine Erlaubnis nicht für Das ist Pressefreiheit Okay, dann sagen sie Namen von ihrem Kanal Telefonziege Telefonziege? Ja, wie die Ziege Wie der Ziegenbock Der rammt dir seine Hörner in den Hintern Okay Video kommt am Samstag Und wie viele Anrufe haben sie schon? Anrufe? Heute 7, 800 Oder meinst du Aufrufe? Na, Anrufe Also von Solche Firmen Ach so, so 4, 500 am Tag Und ich habe Was habe ich so... Verstehe, verstehe 400 Videos ungefähr habe ich oben Ja, weil sie bei uns registriert haben Dann haben sie keinen Kontakt gehabt Dann haben wir das so gemacht Dass wir ihre Daten weitergeleitet haben Und jetzt bekommen sie Ja, also habt ihr gut gemacht Habt ihr gut gemacht Ich freue mich über jeden Anruf, der kommt Weil jeder Anruf ist ein potenzielles Video Wenn da einer dran ist, der eigenständig atmen kann Also mit deinem Kollegen hätte ich es keine 40 Minuten ausgehalten Ja, dann müssen sie dankbar sein Sagen sie dann danke mir Ich sage dir danke, wenn du mir deine Handelsregisternummer schickst Ansonsten bist du einfach nur ein kleiner Betrüger Der jetzt eine Stunde Zeit verloren hat Ja, aber für was? Wir haben so viele ausländische Mitarbeiter Ich bin ein Betrüger Für was brauchen sie ein Handelsregister? Ja, wenn du sagst, du bist in Deutschland Du bist eine legitime Firma Dann hast du eine Handelsregisternummer Weil ihr Steuern bezahlen müsst Und weil ihr in der Finanzdienstleistungsbranche arbeitet Müsst ihr eine Lizenz von der Von der Bafin haben Der Bankenaufsicht in Deutschland Wenn du das nicht hast Dann stimmt das, was du sagst, nicht Ja, ich sage jetzt, dass ich das habe Und dann was sagen sie? Sie glauben nicht Ja, dann beweise ich es mir Aber ich muss das nicht schicken Ich darf das nicht irgendwo hinschicken Das ist doch kein Geheimnis Das ist eine öffentliche Nummer Dann gib mir mal deinen Chef her, Davai Chef her? Chef, Capo, Manager, was auch immer du verstehst Ja Gib mal her Der darf mir dann ja bestimmt die Handelsregisternummer geben Wenn die ihr gar nicht habt Ja, sie sollten einfach in Novosibirsk registrieren, nicht in Deutschland Bin ich doch schon Im Februar gehe ich dann in mein Haus beziehen Das wird jetzt gerade gebaut von polnischen Fachkräften Okay, und wie läuft's so? Das läuft gut Okay Das Geile ist, im Winter brauchst du halt keinen Kühlschrank da Verstehst du das? Und Winter ist fast das ganze Jahr Das heißt, du sparst viel Geld beim Strom Legst die Sachen einfach vor die Tür, wenn die frisch bleiben sollen Okay Gibt es in Novosibirks viel Vodka? Natürlich Damit werden die Heizungen da betrieben Dann bestellst du das Ventil ein bisschen auf Dann musst du das nicht mal trinken, um heizt zu werden Okay Okay, oh, oh, ich kenne ein Wort, Salo Ja, Salam Gibt es bei euch? Nein, nicht Salam, Salo Kannst du Arabisch oder was? Weil vorhin hast du auch reagiert Nein, weil sie sind nicht aus Deutschland Deswegen hat er gesagt, Salam Aleikum Nein, das habe ich gesagt Er hat das verstanden, du, aber ihr auch Ja Sprichst du Arabisch oder was? Na, Polnisch nur Achso Ne, hätte ja sein können Wenn wir hier schon so ein multikulturelles Treffen haben Hätte ja auch sein können, dass noch ein Bruder aus dem Mittleren Osten dabei ist Ja, kann sein Aber ich komme alleine Du kommst alleine, ja, ich auch Wo wollen wir uns denn treffen? Du bist in München, ne? Sollen wir Berlin-Alexanderplatz am Sonntag machen wir Interview Okay, kann man schon machen, aber sie schaffen das nicht Was schaffe ich nicht? Interview zu machen? Doch, ich habe geile Kamera, gutes Mikrofon, eine heiße Kamerafrau Kamerafrau? Ja, klar Oh, dann komme ich hundertprozentig Ha, die darfst du aber nicht anfassen, ich sage es dir Doch, wieso? Was, bist du auch noch ein Grabscher? Nicht nur ein Telefonbetrüger, auch noch ein Grabscher hier Solche Leute haben wir ja besonders gern Bist du ein Delfin zufällig? Ja, es ist was, keine Ahnung, was ist passiert Also, es ist nicht gut, dass ich ein Interesse mit so einem Mädchen zu kommunizieren habe Was, Mädchen? Ach, so einer bist du Auch noch Pedo oder was? Das wird ja immer schlimmer Die Abgründe werden ja immer tiefer Scheiße, gleich bist du im Erdkern angekommen Mit dem Niveau her Aber schneiden sie das nicht aus, dass sie mir gesagt haben, dass sie von hinten mein Bild schicken muss Nein, natürlich nicht Schneiden sie Ja, dann verstehen ihre Leute, dass sie auch so mit ihrem Kollegen zusammen arbeiten Nicht nur mit Videos Der Kollege war ich auch Ich kann auch so tun, als ob ich einen ändere Du hattest die ganze Zeit mit mir gesprochen Verstehst du? Das ist einfach nur ein Trick Gute Zeit du dich gesprochen? Ja, du hast die ganze Zeit mit mir gesprochen Bench Such dir eine richtige Arbeit Du kannst da bei Indien kommen und du kannst die Kuhstreichelung machen Also du hast es verstanden Wenn du was sinnvolles tun kannst Geh auf eine spirituelle Reise nach Indien Entschuldige dich bei der heiligen Kuh und knie auf deinem Weg dahin vor jedem Haus nieder Und entschuldige dich bei den Leuten für vier Jahre Telefonbetrug, Verarsche und Belästigung von Frauen Dann wird dir vielleicht vergeben werden Ja, Entschuldigung Entschuldigung, ehrlich Dann mach dein Kündigungsschreiben fertig Und schick mir mit dem Kündigungsschreiben noch die Handelsregisternummer Weil wenn du gekündigt hast, ist ja egal, ob du das nicht rausgeben darfst Verstehst du? Okay, schicke ich überhaupt heute Alles klar, Kurwa, mach mal Ciao, Wiedersehen Bis dann, du Depp Wiedersehen, Depp Ja, bis dann, du EZB-Mensch, kriegst Beförderung Was eine Witzfigur Ich hab die E-Mail ja ins Titelbild gepackt Europäische Zentralbank Mein Name ist Marc Stein Leerzeichen vor dem Punkt Und meine Güte Ich dachte eigentlich, okay Ist mir zu blöd Ich ärgere den jetzt noch ein bisschen, damit er auflegt Aber der hat sich jetzt ja wirklich fast eine Dreiviertelstunde mit mir unterhalten Jetzt hattet ihr mal wieder was von eurem lieben Dimitri Ich konnte mal wieder ein bisschen abrägen Ja, viel Spaß Wir hören uns, Freunde Bis zum nächsten Mal